Wenn Sie sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass es da sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Wege gibt. Und das ist auch gut so. So halte ich es persönlich für sehr sinnvoll, sich auf seine eigenen Fähigkeiten und Stärken zu konzentrieren und versuchen, die in idealer Weise zu entwickeln. Das heißt, man könnte sagen, die Stärken zu stärken. Unabhängig davon kann es aus meiner Sicht auch sinnvoll sein, sich gelegentlich mal mit seinen eigenen Schwächen und Fehlern, beides in Anführungsstrichen gesehen, auseinanderzusetzen und versuchen, die abzustellen. Denn auch das birgt, wie ich finde, ein großes Entwicklungspotenzial für uns. Und gleichzeitig führen halt häufig diese Fehler und Schwächen ganz oft zu Leid in unserem Leben. Sowohl Leid für uns selbst als auch für Leute, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir täglich in Kontakt sind. Und um sich mit seinen eigenen Schwächen und Fehlern auseinanderzusetzen, gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit will ich Ihnen mal vorstellen, die mir persönlich gut gefällt. Und die funktioniert folgendermaßen. Suchen Sie sich aus Ihrem Umfeld irgendjemanden aus, mit dem Sie häufig entweder aneinander geraten, also mit dem Sie sich häufig streiten, oder über den Sie sich innerlich richtig aufregen. Es sollte also eine Person sein, die es schafft, sie innerlich auf die Palme zu bringen, die also diese berühmten Knöpfe bei Ihnen drücken kann. Und idealerweise ist das jemand, den Sie relativ regelmäßig sehen, mit dem Sie also oft zu tun haben. Und dann versuchen Sie mal, diese Eigenschaften von dieser Person auf den Punkt zu bringen. Also fragen Sie sich, welche Eigenschaft müsste diese Person abstellen, damit es mir gut geht? Oder welche Eigenschaft ist es, die mich so richtig stört an der anderen Person? Da könnten Sie zum Beispiel auch sich irgendeine Situation zuvor vorstellen, in der Sie sich also über die Person aufgeregt haben und sich fragen, okay, wofür ist das jetzt ein gutes Beispiel? Also versuchen Sie, diese Eigenschaft möglichst auf den Punkt zu bringen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ein Arbeitskollege von Ihnen hält Ihnen was, trägt Ihnen was nach, hält Ihnen also immer was vor, was Sie mal als Fehler gemacht haben vor ein paar Monaten. Dann würde das bedeuten in dem Fall, mein Arbeitskollege ist nachtragend. Also das wäre dann die Eigenschaft, die wir suchen, das möglichst auf den Punkt zu bringen. Und der nächste Schritt ist dann ein bisschen unkomfortabel, nämlich in der Theorie mal davon auszugehen, dass Sie diese Eigenschaft, die Sie so richtig aufregt, in irgendeiner Form auch in sich selbst haben. Dass das also ein Fehler oder eine Schwäche ist, die Sie an anderen bemerken, die Sie aber in sich haben. Die Sie sozusagen auf andere Personen übertragen oder projizieren. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht aufschreien und sagen, was? Auf keinen Fall. Die Sache, die mich an dem anderen stört, die soll ich in mir haben? Ja, gehen Sie mal theoretisch davon aus. Ich glaube, also meine persönliche Meinung, das trifft in den allermeisten Fällen tatsächlich so zu. Und lasst es einfach mal gedanklich mal zu und bewegen Sie das mal in Ihrem Inneren hin und her. Also bleiben wir bei dem Beispiel, mein Arbeitskollege ist nachtragend. Wie könnte es theoretisch möglich sein, dass ich diese Eigenschaft, nachtragend zu sein, auch in mir habe? In dem genannten Beispiel finde ich es relativ offensichtlich noch, dass Sie Ihrem Arbeitskollegen sozusagen immer noch nachtragend, dass der nachtragend ist. Denn das ist ja eigentlich seine Sache. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben und der trägt Ihnen das nach oder schmiert Ihnen das immer wieder aufs Brot, dann hat das ja erstmal nichts mit Ihnen zu tun. Dann ist das ja eigentlich seine Sache. Theoretisch ist das ja sein Recht. Sie haben einen Fehler gemacht, das kann er Ihnen immer wieder sagen, ist ja vielleicht nett gemein von ihm. Wahrscheinlich nicht, das ist mir schon klar. Aber Sie können das sachlich sehen und trotzdem nicht gutheißen, aber einfach sachlich sehen und sich darüber nicht aufregen. Wenn Sie sich darüber aufregen, und darum geht es ja jetzt hier in dem Beispiel, glaube ich, dass da eine gewisse Resonanz in Ihnen ist. Denn sonst würden Sie sich nicht darüber aufregen. So funktioniert dieses Modell sozusagen. Und alleine das hilft sehr häufig schon. Einfach mal diese Sachen, die Sie an anderen Leuten stören, mal auf sich selbst beziehen und sich selbst zu fragen, okay, in welcher Form bin ich selbst möglicherweise, in diesem Beispiel, nachtragend. Und aus meiner Sicht funktioniert das für alle negativen Eigenschaften von anderen Personen, über die Sie sich wirklich innerlich richtig aufregen. Da können Sie von ausgehen, dass Sie die selbst in irgendeiner Form in sich haben. Gleichzeitig kann das ja jedoch auch etwas sein, was Sie sich selbst nicht zugestehen. Zum Beispiel, wenn wir bei Nachtragen bleiben, dann könnten Sie sagen, ja, ich bin selbst aber überhaupt nicht nachtragend. Möglicherweise, dann glaube ich, dass da trotzdem eine Resonanz da ist, dass Sie sich selbst nicht zugestehen, innerlich auch mal nachtragend zu sein. Dass das sozusagen eine Eigenschaft ist, die Sie eigentlich zwar in sich haben, aber sich selbst nicht zugestehen. Und da wäre dann zum Beispiel die Lösung, dass Sie sagen, okay, ich darf auch mal nachtragend sein. Das ist ja nun auch kein Drama in der Sache. Für manche ist das ein ganz schöner Schock, wenn Sie dann sehen, dass Sie diese Eigenschaft, die Sie an anderen verurteilen, in irgendeiner Form auch in sich haben. Darin liegt natürlich auch wieder eine Gefahr, nämlich, dass Sie sich dann selbst dafür fertig machen. Das dürfen Sie bitte nicht machen. Sehen Sie es entspannt und freuen sich darüber, dass Sie es jetzt so erkannt haben. Denn witzigerweise ist das in den meisten Fällen schon genug. Dass Sie dann beim nächsten Mal merken so, oh, da rege ich mich wieder über irgendwas auf. Dann reagiere ich da jetzt nicht drauf, sondern gucke einfach mal, was das in mir besagt und was das mit mir macht. Denn das hilft witzigerweise ganz häufig schon dabei, dieses Muster dann auch fallen zu lassen und zu durchbrechen. Dass Sie also alleine dadurch, dass Sie es erkennen, den Fehler ablegen. Falls das jedoch noch nicht reichen sollte, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie Sie diesen Fehler oder diese Schwäche ablegen können. Nämlich, dass Sie sich einfach auf das positive Gegenstück fokussieren. In dem Fall mit Nachtragen, das ist jetzt nicht so optimal, wäre das Gegenstück also nicht nachtragend zu sein oder verzeihend oder vergebend. Also, dass man könnte sagen, altmodisch die Tugend zu dieser Untugend sich vorstellen und versuchen, sich dahingehend zu entwickeln. Denn ich persönlich glaube, dass wenn wir diese negativen Eigenschaften in anderen und damit auch in uns selbst bemerken, haben wir auch das Potenzial dafür, Sie in das positive Gegenstück umzubilden. Das heißt, alles, was Sie an anderen stört, haben Sie erst mal in sich, können das aber gleichzeitig in das positive Gegenstück in sich selbst idealerweise entwickeln. Also, Sie haben das Zeug dazu. Davon gehe ich jetzt aus. Und auch dieser nächste Schritt reicht dann in den meisten Fällen schon, um sich halt genau dahingehend zu entwickeln und den Fehler damit abzulegen. Dennoch gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Also, falls Sie nicht wirklich wissen, wie Sie das machen können, gibt es noch eine Möglichkeit, die Ihnen dabei helfen kann. Nämlich, dass Sie schauen, wer diese positive Eigenschaft in Ihrer Sicht idealerweise verkörpert oder wer das wirklich gut macht. Das muss nicht jemand sein, den Sie kennen, sondern das kann auch eine fiktive Person sein aus einem Roman oder aus einem Film oder jemand, der vor tausend Jahren gelebt hat. Und dann sich fragen, okay, wie macht diese Person das? Also, aufgrund welcher Verhaltensweisen schließen Sie darauf, dass diese Person diese Eigenschaft in sich hat? Oder aufgrund welcher Beobachtung schließen Sie darauf, dass diese Person diese Eigenschaft ideal in sich hat? Und dann können Sie für sich versuchen, diese Eigenschaften oder diese Verhaltensweisen zu kopieren in gewissen Dingen. Also, so ein bisschen zu spielen, als wenn Sie das schon so hätten. So zu tun, als ob. Denn das hilft auch, das zu entwickeln. Zwei Dinge sind mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle. Erstens, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist nur für Sie gedacht. Das heißt, es gibt einen bestimmten Grund, dass Sie dieses Video sehen, nämlich idealerweise, dass Sie sich damit beschäftigen. Ich will Sie davor warnen, dieses Video oder grundsätzlich diese Thematik auf andere Leute wieder zu übertragen und dem das aufs Auge zu drücken und aufs Brot zu schmieren. Das heißt, wenn Sie die nächste Auseinandersetzung mit Ihrem Arbeitskollegen haben, dem zu sagen von dem Wegen so, ah, okay, dich stört also das und das an mir, dann hast du das selbst in dir. Machen Sie das bitte nicht. Das funktioniert so nicht. Das erzeugt nur Widerstand in dem anderen. Das heißt, es muss eine gewisse Grundvoraussetzung da sein, dass man sich selbst persönlich entwickeln möchte. Sonst funktioniert das nicht. Also da schaffen sich nur unnötige Konflikte und unnötige Gespräche mit. Das heißt, auch dieses Video jemandem anders zu empfehlen, würde ich mir sehr genau überlegen. Denn das ist ein Fehler, den ich in der Vergangenheit häufig gemacht habe, dass ich Sachen für mich gefunden habe, die mir selbst sehr geholfen haben und ich das Leuten unbedingt mitgeben wollte. So von wegen, oh Mensch, das muss doch für dich auch ganz interessant sein. Guck dir das doch auch mal an oder lies doch dieses oder jenes Mal. Das ist total super. Hat mir sehr geholfen. Machen Sie diesen Fehler bitte nicht. Den habe ich schon in der Vergangenheit gemacht. Brauchen Sie nicht ausprobieren. Das funktioniert nicht. Ideal funktioniert so etwas nur, wenn Sie Ihren eigenen Weg gehen. Und wenn Sie dann mit anderen Leuten ins Gespräch kommen und dann der vielleicht fragt, so Mensch, Sie haben sich ja verändert oder du hast dich ja verändert. Du wirkst so befreit und dir geht es so gut. Was ist denn los? Dann können Sie so etwas anbringen und sagen, hier, ich habe bestimmte Sachen für mich angewandt. Und wenn der dann nachfragt, dann können Sie natürlich auch Sachen empfehlen. Aber nochmal, seien Sie sehr zurückhaltend damit, das anderen Leuten so zu erzählen. Also machen Sie es nicht so wie ich, so wie ich es jetzt mache, dass ich anderen Leuten so etwas erzähle. Was mache ich eigentlich? Am besten noch im Internet. Bitte nicht. Sondern das ist nur für Sie gedacht. Und der zweite Hinweis ist, ich habe es schon kurz erwähnt, mir ist ganz wichtig, gehen Sie trotzdem pfleglich mit sich um. Gerade bei dem Thema eigene Fehler und eigene Schwächen. Wenn Sie also solche Dinge bei sich entdecken, dann machen Sie sich da nicht selbst mit fertig. Und beschäftigen Sie sich zwischendurch auch immer mit dem Thema der eigenen Fähigkeiten und der eigenen Stärken. Denn es ist wichtig, dass Sie gut und pfleglich mit sich selbst umgehen. Ich glaube, das war alles zu dem Thema. Viel Spaß dabei. Würde mich freuen, wenn Sie das mal ausprobieren. Wenn es gut funktioniert oder wenn es nicht gut funktioniert, freue ich mich auch auf eine Rückmeldung oder einen Kommentar hier. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.